so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft aura pvp normalerweise steht hier eine statistik wo sie statistik normalerweise nehme ich aura pvp immer ziemlich aktuell auf dies ist mal eine ausnahme ich habe mal jetzt gerade das ist eigentlich also ist es definitiv nicht eigentlich sondern ist es definitiv eine woche vor dem rauskommen des der folge was für mich neues mich wundert es gerade dass hier keine statistik ist egal es gibt jetzt direkt los in einer sekunde es ist classic weil einfach mitten der nacht ist und keine sau spielt spenden für die dritte welt mache ich auch ich gehe einfach mal in die arena ich habe gepackt jetzt oma der ist premium so wie ich guck ihn euch an der schwarz also der hat schon mal gebrannt nein das wäre fies also sowas sollte ich nicht sagen was solltet ihr auch nicht sagen und ich bin auch nicht rassistisch oder so ein scheiß halte ich auch nichts von von rassismus und tschüss hat er sich noch gerettet nein das schafft er nicht mehr jetzt oma ist gestorben das heißt eigentlich dass seine sachen hier noch irgendwo rumliegen entweder da oben die werden da oben jetzt liegen muss ich mal hingucken hier liegt nichts muss eigentlich hier gestorben sein schade hätte eigentlich gedacht dass seine sachen hier jetzt rumliegen ärgerlich ich hätte gerne seine sachen gehabt dann kann ich ja jetzt mal weiter gegner töten und tschüss doppel kill so einer ist tot hat er seine sachen hier liegen lassen zufällig oh der aber das ist ja nett ich habe zwei gekillt mit einem schlag bzw mit zwei schlägen der versucht hier irgendwie blumen zu pflücken ach komm ich möchte hier nicht in der wand festpacken ich gehe hier außen rum die anderen hat mir sogar eine speed potion gegeben ist ja nett oh gott ich war gerade am inventar sortieren so und oh tschüss so nächster bitte das überlebt er auch nicht alter was ist denn hier los ich habe jetzt schon fünf leute getötet 4 4 5 irgendwas in der richtung der ich meine wurden mir nicht alle angerechnet aber was zur hölle ist denn los mit euch jungs ok dieses helle dieser helle sound der gefällt mir nie oh 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 ich muss aufpassen wenn die mich einmal falsch erwischen dann bin ich tot ich sollte nicht so whisky spielen glaube ich und ich hatte gerade das gefühl dass zwei nicht aufeinander losgegangen sind oh jetzt backe ich wieder im fenster rum tschüss 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 noch fragen tschüss 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 Da ist noch einer. Was? Der eine war unsichtbar. Geil. Cool, ich habe noch nie einen unsichtbaren Creeper gehabt. Oh, eine schöne Ausrüstung. Na Jungs? Hey. Ist jetzt ein Threesome. Ich kann auch erst dich töten, also. Oder auch nicht. Jetzt fliehen die beide wieder. Was ist denn los mit euch, Jungs? Oh. Habe ich mich da umsonst hochgeworfen? Na komm. Ich habe jetzt eben gerade so viele getötet. Ach, ich gehe jetzt erst auf dich. Komm DJ. Ich bring dich mal nach draußen. Aua. Ich sagte, ich bring dich mal nach draußen. Ernsthaft? Jetzt will der wieder fliehen. Was ist denn los mit dir? Meine Güte. Mr. André. Ich fokuse den jetzt, weil irgendeinen muss sich halt fokussen. Und warum nicht ihn? Hat der andere jetzt gerade noch ein Glück? Der andere? Nicht der André. Und tschüss. So. Oh, der hat sich sogar noch gerettet. Finde ich beeindruckend. Das ist einer der wenigen, die sich gerettet haben jetzt aktuell. Bis jetzt. Ja, der DJ irgendwas, der versteckt sich jetzt. Macht aber nichts. Kriege ich schon wieder. Habe ich so einen guten Ping oder was ist los mit euch, dass ihr mich nicht trefft? Hä? Na gut, ich warte mal eben. Die kommen hier gerade nämlich an. Und tschüss. So. Noch einer bitte. Alter. Was ist denn? Das ist ja ein bisschen, ne? Also ihr macht es mir wirklich einfach, Jungs. So, noch die Spiffness Potion. Ich glaube, der hat sich hier oben versteckt. Na komm. Machen wir jetzt Katze-Maus-Spiel. Verstecken, oder was? Wir sind hier doch nicht im Kindergarten. Ich würde ihnen ja schreiben, wo bist du? Bist du blöd, Mann. Aber das fällt ja unter Beleidigung. Das darf man ja nicht. Ich weiß nicht, wo er sein könnte. Scheiße. Ich habe meine Speed Potion dann jetzt auch verschwindet, ne? Wo bist du? Na komm, Kumpel. Zieh das nicht hier unnötig in die Länge. Ich muss ins Bett. Bist du weißt, ich weiß nicht, ich muss die Render... ...den Renderauftrag starten und dann muss ich ins Bett. Ich habe keinen Namen gesehen aktuell. Ey, ich habe doch gesehen, wo er hingelaufen ist. PvP-Arena. Der ist im Leben, nicht in der PvP-Arena. Der hat mich gehauen. Jetzt, wenn du jetzt noch gewinnst, hallo. Tschüss. Oh, nicht tschüss? Gehst du wohl mal ins Feuer? Der will nicht ins Feuer. WTF? Ich weiß auch nicht, warum er dafür jetzt gerade eine Enderperle verschwendet hat. Und jetzt bis zum Feuer. Tschüss. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Du entkommst mir nicht, mein Freund. Oh. Nein, du entkommst mir nicht. Wo ist er? Feigling. Feigling. Feige Bastard, ne? Dieser dreckige, feige Bastard. Ich weiß auch nicht, wo er hingegangen sein kann. Feigling. Na komm, Mr. Feigling. Wo willst du dich verstecken? Hier ist der nicht. Der ist nicht wieder in die Arena gegangen. Der ist hier rausgegangen, hat gebrannt. Ich frage mich, wo er dann hin ist. Zu GLP, zu Mr. Moor, zu Taddel. Du, 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 du. Ja, Leute. So was ist immer. Oh, jetzt habe ich zweimal Schaden gekriegt dadurch. Du, 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 du. Ich finde ihn schon noch. Ich habe da keine Sorgen. Das Einzige halt Doofe ist, dass für euch die Folge unnötig, unnötig lang wird. Weil er sich ja coolerweise versteckt, wie so ein kleines Kind. Oh nein, ernsthaft? Ernsthaft? Alter, was ist falsch mit dir? Tschüss. Oh mein Gott. Nee. Nee, also nee. Nee, das war kein GG. Da, also da brauche ich nicht GG sagen. Ernsthaft, Junge. So ein asoziales Verhalten, ne? Oh Gott. Oh Mann. Leute. Nicht dank, euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.